Das Radio Top 40. Einschiffen. Schiffe versenken für die Hand. So, wir spielen jetzt mal eine Runde. Einschiffen. Geht ganz einfach zum Selbermachen. Einfach mal ein paar Linien von oben nach unten, von rechts nach links und schon passt das Spielfeld. Zahlen 1 bis 7 einfach einfügen und A bis G. So, und jetzt probieren wir mal. C3, super. Ach, auch D3 ist ein Treffer, yay. C5, yo, auch ein Hauptgewinn. Ach du Scheiße. Er kann überall sein. David Hasselhoff, unsere Niete. Ach du Scheiße. Hier. Oder hier. Oder hier. Oder hier. Oh nein, und hier auch. Ach du liebe Güte.